Ja, aber sonst nischt, also relativ platt und ich find's bei Mutti besser, aber... Ist man froh und kommt, der ist sicherlich über den Kicker klar, oder? Äh, es gab einen, aber Limburg ist leider relativ tot, so, und, naja, ich feier ja eigentlich würde ich erst mal wegkommen und ein bisschen Kicker brauchen, dann könnt ihr wahrscheinlich auch nicht schaffen, Mensch. Ihr habt gerade sechs Tage die Woche am Tisch. Naja, die Liga beginnt, ne? Die Saison beginnt. Aber wir haben ja nicht mal gespielt. Jaja, hier Trommel 3-0, irgendwie ärgert sich ja total, die waren ja total heiß und haben sich alle schon vorbereitet und gefreut und gespannt waren sie, ne? Und, äh, oh, dann wurde das Spiel verschoben, ey. Ja, wie Henning gestern sagte, Thor war der beste Kapitel in der Spandau je hatte.